Es ist schon ein faszinierendes Phänomen mit dem Old-Time Jazz. Jede Band, die im Lockschuppen je verauftritt, spielt die Klassiker neu, anders und wie noch nie gehört. Auch Nils Konrad und die Amazing Jazz Band schafften das Kunststück. Mit dem treibenden Schlagzeug von Nils Konrad und dem Klavierspiel von Marc van der Veen wurde der Old-Time Jazz auch am Sonntag wieder zu einem besonderen Hörerlebnis.